So Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Quick Bad, wo dabei sind Klangarn, Early und Zander. Ja, Hallöchen. Ich bin auf der Map Windmill auf dem Server, der Wegst du nicht. Ihr kennt dies. Genau. So, und ohne Scheiß, wo ist Frontier-Bronzig? Hier unten, hier unten. Wo gibt's Silber? Das ist hier Debüt für mich. Da oben. Silber gibt's auf einer Extrainsel. Oh, Jesus. Okay, ich hab jetzt 40 Blöcke. Ich fang schon mal an, mich in die Mitte zu bauen. Das Silber sollten wir erstmal ignorieren. Wir sollten erstmal schnellstmöglich wieder in die Mitte kommen, damit wir die Zeit bekommen für das Bett. Ja, warte mal. Reichen dir 40 Blöcke? Äh, ne. Auf gar keinen Fall. Muss noch ein zweiter kommen. Ja, warte, dann kümmere ich mich mal um das Silber einfach. Ja, dann mach du Silber und ich helfe Zander in die Mitte zu kommen. Wo ist denn? Ach, da ist der Tür. Zander, ich schmeiß dir 50 Blöcke hin. Die liegen da. Unser Bett ist oben, oder? Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay. Boah, ich bin fast gerade losgerannt, ey. Das hätte bedeuten, ich hätte alle Blöcke verloren. Ja, dann gäbe es Permaband. Das wäre ja tragisch gewesen. Permaband. Direkt für mich, ey. Warte, ich bin, ah, mir fehlen noch vier Blöcke, bis ich in der Mitte bin, aber ich geh mir erst mal einen Bogen kaufen. Warte eben. Ja, jetzt haben wir lange gedauert. Ja, jetzt habe ich auch erstmal überlegt, hä, was sagt der damit aus? Ich dachte so, hä, wie kann er sich einen kaufen, wenn er nicht in der Mitte war? Hä? Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, hol einfach nur die Zeit und hau ab, hau ab, Early. Und das Gold, das schadet auch nicht. Ich habe Silber. Early, hast du die Zeit? Ja. Ja, ein Zoll. Junge, hau doch ab. Zoll. Reichen sieben Silber? Ja, zwei Stück reichen mir. Zwei Silber. Ich habe vier Gold, aber hättest du dann nicht den blöden Falt gemacht, oder? Wieso, ich habe da alles. Hast du die Zeit? Ja, ich habe die Zeit. Wo bist du denn? Hinter dir. Ich habe drei Kills gemacht. Alles gut. Du hast gerade drei Leute umgebracht. Ja, die Zeit der Vogel, ey, riskiert unsere Zeit. Ja, wieso, die hatten noch nichts. Also, ich kann auch in die Mitte mit Equipment. Ich muss echt sagen, lieber spielen, aber ich bin nicht aggressiv, ey. Ganz oben. Ich gehe noch ein bisschen Silber holen. So, die sind alle unequipped in der Mitte. Wie viele gibt es deine Dinge? Eine Minute, oder wie? Eine Minute, richtig. Eine Minute gibt es eine Zeit, ja. So, ich kontrolliere gerade die Mitte, dass der Neffler mir jemand helfen kann. Ja, ich komme jetzt gleich, aber ich brauche ein Schwert, ich habe einen Bogen jetzt. Ich komme jetzt einfach mit einem Bogen. Okay, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Micha, soll ich den Schwert? Ja, ich schaff das jetzt. Komm zu Rot, komm zu Rot. Komm, 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 komm. Schreit jetzt rum. Down. Kauf mal kurz eine Kiste. So, vier Gold und ein Nether. Einer kommt rüber. Alter, gelb kommt, gelb kommt, gelb kommt, gelb kommt. Gelb kommt. Ich habe down. Oh mein Gott, ich bin runtergeschlagen von einem mit der Faust. Ich wurde mit der Faust runtergeschlagen. Das sehe ich gerade, in der Lobby kann man ja voten, ob Items dropen, wenn ein Spieler stirbt. Anscheinend haben die Spieler gewotet, dass keine Items dropen. Also das heißt, wenn ihr sterbt, dann damit ihr Bescheid wisst. Aber ist eigentlich ganz nice. Ja, wollte ich gerade sagen, dann verlieren wir auch unsere Sterne nicht. Haben die geht noch einen Bogen? Äh, wo ist das Bett? Ich habe jetzt gleich einen Bogen. So, wir haben jetzt sechs Minuten Zeit, das ist recht krass. Junge, Hauptsache, ich habe gerade einen Bogen gehabt und dann kommt so ein Dulli ohne alles und schlägt mich einmal mit der Faust und der Bogen ist weg, ey. Das ist immer mega ätzend. So. Ich raste aus, Top, ey. Ich habe heute die geilste Musik im Hintergrund laufen, so richtig geile Fahrstuhlmusik, Alter. Neben der Hochzeit. Da kommt ein Gelber. Äh, der ist aber irgendwie runtergefahren. Haben wir nicht Probleme mit Gelb? Ich habe Probleme mit Leuten, die einfach Bögen kaufen. Ja, ist auch so. Oh, Mann. Echt. Jetzt kippt's doch auf die Fresse. Hast du zehn Bronze für mich? Warum? Dafür kann man sich ja keinen Bogen kaufen. Halt die Schlaufe. So richtig gemein jetzt. Ich wechsle gleich einfach zum anderen Team und spiele mit denen. Die sind viel netter zu mir. Ja, dann schwächst du die ja wenigstens. Ich will jetzt auch da. Ich will jetzt auch da. Was will ich denn machen, Mann? Ja, Mitte kontrolliere ich. Wir haben die Mitte. Oh, nein. So, jetzt habe ich auch einen Bogen, den können wir jetzt krass gut halten. Wenn jetzt alle auch in die Mitte kommen, sollten die Mitte eigentlich nicht... Ich muss weg. Bogen kaufen. Darf ich dir keinen Bogen kaufen. Gelb kommt. Gelb kommt richtig viel von Gelb. So, warte mal. Von Blau kommt welche? So, jetzt hier. Oh, hinter mir ist einer. Leute, wieso lasst ihr mich in der Mitte alleine? Ich habe doch gesagt, Gelb sind welche gekommen. Ich bin ja aus dem Bogen holen gegangen. Ich komme jetzt in die Mitte. Jetzt gehe ich in die Mitte. Ich habe meinen tollen Bogen verloren. Jetzt geht es aber aufs Maul. Wir sollten im Team in die Mitte gehen und nicht immer nur alleine. Das ist das Problem. Ich bin nicht in der Mitte. Kommt mal ran hier. Kann man hier runterfallen? Nee, ne? Ja, ich muss mich erst mal wieder acquitten. Okay, da kommen zwei. Ey, wer ist gerade runtergesprungen? Nein! Nein, der hat Zeit! Der Grün hat Zeit, der Grün hat Zeit. Nee, der Grün darf keine Zeit wegbringen. Grün ist tot. Gelb kommt zu uns, Gelb kommt zu uns. Ja, lass sie kommen, lass sie kommen. Okay, ich chill in der Base ein bisschen. Wer ist denn noch? Hier war doch gerade einer in der Base. Ist das Early? Ja. Lass den mal durchlaufen. Nein, ich bin nicht in der Base. Lass den mal durchlaufen. Hey, hier war doch... Nee, also in der Mitte meine ich. Da kommt Gelb. Gelb kommt Early. Kümmer dich drum. Ich kümmer mich in Blau. Okay. Ja, nee. Okay, wir sind wieder safe bei uns. Ich komm jetzt in die Mitte. Hast du? Seid ihr noch in der Mitte? Ja. Einer chillt da oben. Haben den Bogen. Ey, hat sie mal einen Bogen. So warte, ich komme. Hat sie mal einen Bogen? Ich hab Zeit. Gelb kommt sich da oben zu uns. Darf Blau? Gelb, 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 gelb. Ist auf dem Weg zu uns. Gelb kommt. So warte, ich hab den. Ich hab den. Warte. Na komm. Ich möchte nicht runterfallen. Warte, ich bring Zeit. Direkt sofort in die Mitte. Hast du Gold? Kling an? Äh, nee. Ist unser Bett in die Mitte? Ja, oben. Ganz oben ist das. Okay. Ich renne zu Blau. Ich renne zu Blau. Nein! Scheiße! Ich bin so! Fuck! Ich hab nicht drauf geachtet, ob der Komm kam. Fuck, scheiße. Blau konnte Zeit wegbringen. Egal, Grün sollte gleich raus sein. Ich hab grad auch Zeit weggebracht von uns. Ich hab einen Grün down. Grün ist definitiv raus, sag ich. Oh man, ey. Ein Gelber kommt, ein Gelber kommt, ein Gelber kommt. Ein Gelber kommt, ein Gelber kommt. Bitte aufhalten. Der ist auf der Verrücker. Ja, was soll das? Ach so. Dem Grün hat kein Bett mehr. Wow. Oh mein Gott, Alter. Ich hab noch alles am Herzen. Oh krass. Ich geh mal in die Mitte. Ich bin in der Mitte. Ist irgendwer noch hier? Äh, gleich komm ich. Ich kann nicht. Ich hab nur noch voll wenig Herzen. Okay, nice. Der Grün ist da. Wir brauchen einen Bogen, weil der Grüne steht da unten rechts auf der... Ja, ich bin in der Mitte, aber hier ist kein Gold. Ich komm, ich komm. Ich komm wieder zurück jetzt. Chill ein bisschen hier. Haben wir noch irgendwo einen? Grün hat kein Bett mehr. Hier ist Zeit, hier ist Zeit. Grün hat kein Bett mehr. Warte, ich mach jetzt einen Grünen kaputt. Soll ich noch warten, bis Gold kommt? Wie oft kommt denn Gold? Äh, keine Ahnung. Ja, ein Grüner ist down. Ein Grüner ist down. Ah, da kommt ein Gelber, da kommt ein Gelber. Ja, hau ab, hau ab, hau ab. So, ich bin auch unterwegs in die Mitte. Ich helfe euch. Okay, nice. Vielleicht könntest du versuchen, den Gelben kaputt zu machen. Blau kommt. Blau kommt. Mit übertrieben vielen. Ich kann die Mitte nicht halten so. So, ich komm her. Okay. Komm mit. Oh, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nein. Der hat unter mir abgebaut, der hat die Ratte, der hat abgebaut die Blöcke. Verkacken die? Also wir? Ja, wir haben dann verkackt. Oh. Kommen die? Ah fuck, ich bin runter gefallen. Nein, ich bin so dumm. So, ich renne ohne Equipment in die Mitte. Denkt dran, nimm Blöcke mit auf jeden Fall, wenn die Mitte geht, weil die haben das ja abgebaut, die Ratten. Irgendwo ist ja ein Fight. Hä? Wer ist denn das? Nein, ist einfach mal jemand runter gefahren. Hä, wer ist denn dieser Imanji Dingens? Imanji Dingens? Ein Gelber kommt. Das für mich. Ein Gelber kommt. Die ganze Zeit schon. Okay, okay. Warte, ich geh in die Mitte, ich komm in die Mitte. Oh man ey. Haben die hier irgendwas abgebaut? Ne, ne? Silber? Was, wo haben die was abgebaut? Äh, auf unserem Weg. Nö. Okay. Aua. Wer ist denn in der Mitte? Äh, ich bin jetzt grad bei grün. Der letzte grünen Spieler sehe ich hier. Schau mal hier die Dings wieder weg. So, grün ist raus. Oh, Early ist auch. Ah, ich hab Zeit. Bogen, blau hat nen Bogen. Ich warte immer noch auf Gold. Haben wir immer noch keinen Bogen? Nein. Okay. So. Ah, hier ist Gold. Hier ist Gold. Warte. Vorsicht, Gelb kommt. Gelb kommt. Gelb kommt in die Mitte. Ne, Gelb nicht. Gelb hat weniger. Doch, Gelb kommt in die Mitte. Gelb kommt in die Mitte. Wir brauchen langsam Zeit. Sonst wird das Ganze sehr eng. Ja, warte, ich hab Zeit. Oh, sehr gut. Dann komm zurück. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Jemand in unserer Base? Ich. Okay, warte. Ich bin in der Mitte. Okay, ich hab zwei Gelbe down. Oh mein Gott. Da kommt noch ein Gelber. Warte, ich komm. Guck mal, das eine Gold hier in die Kiste. Bin down. Ja, mach das. Ich konnte nur zwei Gelbe kaputt machen. Hab Gelb kaputt. Nice. Oh, fuck ey. So, dann. Ich geh wieder in die Mitte. Gelb ist gleich raus. Ja, aber Gelb hat damit keine Zeit mehr, ne? Schaffen die nicht. Ne, sollten die nicht mehr kommen. Okay, wir haben am meisten Zeit auf jeden Fall. Dann heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch blau abhalten, dass die irgendwie Zeit bekommen. Dann haben wir das Ganze gewonnen. Ja, ja. Und die dann töten, ne? Ja, klar. Ja. Das war mein letztes Mal auch. Genau. Nein, er hat mich holt. Zeit ist in der Mitte. Blau holt sich gerade Zeit. Ja, ja, ja. Ich hab die Zeit. Ich hab die Zeit. Ich komm in die Mitte. Ich komm auch in die Mitte wieder. Scheiße, der hat mich hier. Ich komm schlecht. Ja, warte, warte, warte. Der war nicht. Hast du ihn getötet? Ja, ich hab ihn ein bisschen angewirtet schon. Sehr gut Schaden getötet. Ah, hier ist Gold. Nice. Ich hab auch ein Gold. Ich bring jetzt einfach erstmal die Zeit weg, damit ich... Warte, nimm doch mein Gold mit. Achso, ja. Ich bin hier oben. Ich hab zwei Gold, warte. Ich hätte gern einen Bogen. Ah fuck. Ich hab's hingeworfen. Blau hat einen Bogen. Ehrlich, komm, laufst du rechts rum, laufst du rechts rum, rechts. Das bin ich. Das bin ich. Aber egal. Ich bin der pinke Typ. Was soll ich denn machen? Ah. Ich komm mit, Micha, ne? Ich bin hinter dir. Lauf einfach mit, ja. Ich bin zwar ein bisschen hinter dir. Blau hat irgendwie Zeit bekommen, seh ich gerade. Schaffst du... Ja, nice. Ja, blau hat doch Zeit. Ja, wir sind bei dir drin. Wir sind bei dir drin. Komm mit rein. Ah. Komm. Ja. Zauber, komm. Und jetzt. Wo bist du? Kannst du mich... Warte, ich muss recken. Ah. Da kommt einer, da kommt einer. Fuck, die haben alles zugebaut hier. Nein. Keine Pickaxe dabei. Nein. 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 Ich hatte eine, aber ich bin tot. So, ich habe uns wieder Zeit besaved. Einer muss zu blau kommen. Ich bin unterwegs. Fuck. Wir haben kein Eisen mehr. Ich bin down. Ich bin down. Wer hat denn da Eisen geholt? Early, ne? Ja. So, ich geh wieder in die Tür. Hey, du bist doch voll ausgerüstet, oder? Nein, bin ich nicht. Ja, die brauchen noch einen Bogen. Ja, ich brauch wirklich noch einen Bogen. Ich hab keinen. Ja, keiner hat einen. Keiner hat einen Bogen, Junge. Ich hab jetzt einen. Den ersten, ja. Warum kommt hier kein Silber? Was soll das? Nee, du hattest schon einen Bogen. Du hattest schon einen Bogen. Du hast vorhin einen verloren. Ach so, stimmt. Stimmt. Ganz am Anfang hast du einen Bogen verloren. Ach ey. So, auf jeden Fall. Ich bin in der Mitte. Ich bin auch in der Mitte jetzt. Ich chill hier oben, um Leute abschieben. Boah, wir waren bei blau, aber ich hab die Pickaxe schon wieder vergessen. So eine Kacke. Oh, hier ist Gold. Und Zeit. Nimm mit. Wie viel Gold? Wieviel Gold? Vier. Kann ich einen Bogen haben? Hier ist noch ein Gold. Warum nicht? Weil ich mir jetzt einen hole. Ah. Was machst du für Geräusche? Hast du mal noch Blöcke? Hast du mal noch Blöcke? Ah, jetzt brauchst du Blöcke. Blöcke gegen Gold. Ich komme. Mit Blöcken. Ich komme jetzt auch zu euch, ne? So, wie viel Gold hast du? Zwei. Wie viel hast du? Ich hab sechs, aber du kriegst nur was ab, wenn du mir Blöcke gibst. Ich hab 24, wenn ich erwarte. Wo seid ihr denn? In der Mitte? In der Mitte. So, hier. Zwei Gold. Gleich in der Base. Hallo. Wer chillt denn da in Richtung Blau? Ich. Leben nur noch wir und die? Ja. Also, jein. Das Leben gibt's auch noch einige. Das Leben gibt's auch noch einige. Achtung, da ist einer hinter. Es leben aber auch nur noch drei Blau, ne? Aber jetzt kannst du den runterstehen. Ah, fuck. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn wieder getroffen. Kannst du ihn treffen? Ja, ich treffe ihn die ganze Zeit. Der ist low, definitiv. Fuck. Ja, ich versuch's abzubauen, damit du den triffst, ne? Ich baller grad den hinteren noch ab. Triffst du die? Ja, du bist dann immer im Weg. Triffst du den anderen? Warte. Warte. Bau's ab und dann. Okay. Na komm. Ah, fuck. Nein. Ach, Zeit, 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 Zeit. Ich klei mal eben Zeit auf unser Bett drauf. Scheiße. Warte, ich versuch dich zu rächen. Also, Micha, das hab ich nicht von dir erwartet, dass du einfach in unser Bett schaust. So, der ist down. Ja, in der Mitte ist irgendwie nur weiß-weiß, ne? Ich komm, ich hab nen Bogen. Ich würde kommen, aber ich hab noch kein Equipment-Sattel. Die kommen die ganze Zeit blau wie so Ratten raus. Ja, warte mal. Ich brauch Hilfe lang sein. Ja, die kommen ja immer nach. Es gibt unendlich einfach. So fühl ich mich auch gerade. Wieso Ratten? Weißt du, weil es trifft immer die richtigen Worte. Oh Gott. Ich töte gerade Gelb. Boah, Alter, schon wieder zwei. Drei Zeit, Junge. Drei Zeit. Drei Zeit. Scheiße, ich kann ein Game nicht kippen. Die blau hat nur noch eine Minute. Ich halt die immer noch ab. Ihr müsst immer die Zeit ändern. Die Zeit fliegt ja vorunter. Ich krieg die Game nicht. Ich brauch Hilfe, weil die können mich gleich hier übermannen. Komme gleich. Ah, da ist einer. Sehr gut. Äh, ach so. Das meine ich hier damit. Der eine ist runter. Wenn die mich töten. Ja, der ist down. Sauber, ich hab auch geholfen. Ja, ja, ja. Lass es mir. Junge, du blau. So, der ist auch down? Ja, die kriegen keine Zeit mehr. Ich komme, ich komme. Aber wir brauchen Zeit, oder? Nein, alles cool. Ähm, ja doch. Ja, langsam auch. Scheiße, das wäre meine Schauspieler, die Idiot. Passt ein bisschen von Gelb auf, dass da keiner kommt. Geh mal zurück, geh mal zurück, zurück, zurück. Da liegt zwei Zeit in der Mitte. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab beide. Ich geh zurück. Okay. Warte, warte, warte. Nicht zurückgehen, nicht zurückgehen. Komm her. Ich bin hier, ich bin hier. Ich hab noch drei Zeiten vier Gold. Was hast du? Ich hab noch drei Zeiten vier Gold. Alter, gib mal. Hier. Ja, jetzt bin ich rein. Jetzt fall ich runter. Nicht, 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 nicht. Die Brücke wieder bauen, Early. Das haben wir extra gemacht. Ich wollte drüber gehen, die auseinander nehmen. Hier, wie viel Gold hast du hier? Ja, die haben doch noch ein Bett. Nein, haben sie nicht. Jetzt kannst du die, jetzt kannst du. Komm mal rüber. Hier ist acht. Nee, warte, jetzt komm zurück und hol eine Enderperle. Du kannst eine Enderperle kaufen. Für acht Gold, oder was? Nein, hier, warte. 13 Gold. Hier. Und hier war die Zeit. Achtung, hier sind die Zeit. Aber die kostet, ich hab nur zwölf. Ach, scheiße. Ja, nee, das ist kacke. Ich hol einfach einen Bogen, oder? Was soll ich holen? Ja, nö. Ja, mach mal irgendwas. Ja, mach mal irgendwas. Warte ich. Nee, ich mach mal einen Bogen. Ja, ich mach einen Bogen. Aber gib Gas, Alter. 35 Sekunden noch. Ja. Ja. Wir chillen da richtig. Fuck. Und wir kämpfen einfach. Ey, fuck, hoffentlich schaff ich das noch. Von hinten. Fuck yeah, ich bin runtergefallen. Ey, fuck. Michael. Ja. Das ist richtig knapp. Nein, das schaffst du, Alter. Ich glaub ja nicht. Du musst nur schnell nach oben. Ja, das ist das Problem. Wow. Schreibt er. Okay, damit ist es blau. Oh Gott, Klänger, Klänger, gib Gas. Ja. Nein, nein, ich bin runtergefallen. Nein. Nein. Nur noch ein blauer Leben. Fünf Sekunden, Leute. Unser Bett ist jetzt weg. Nein. Alter, Alter, Alter. Fuck. Du Lack, Alter. Ich wollt Spannung machen. Ja, klar. Das war ja übelst last second. Oh, wehrt keinen Bogen bis jetzt. Early hat gar nichts. Okay, ich hol einfach den 7. Darf hab ich aber ein Game gekillt. Hä? Wo ist der Gamer Freak? Der blaue von denen. Boah, fuck, Mann. Was hat das noch so eine Pickaxe hat? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay, bist du da? Die kriegen nichts mit, die kriegen nichts mit. Hast du ein Schwert? Hast du ein Schwert? Hast du ein Schwert? Nein, ich hab gar nichts. Ich schlag die einfach runter. Komm her, Bitch. Ich bin tot. Nein, ich bin auch tot. Oh nein. Ich renne in die Mitte. Sind die in der Mitte? Ich wollte dir ein Schwert geben. Nein, die sind bei sich da in der Dinge. Ach so, okay. Okay. Wo ist dieser Game Freak Typ? Ja, ich hab einen Gott getötet. Du hast einen Gott getötet? Ich hab mir jetzt einfach den Bogen aufgenommen, Alter. Nur noch zwei Gelbe. Ich hab drei Zeit eingesammelt. Haben wir noch einen Bogen? Gold? Ja, in der Kiste ist einer. Cool, da. Ich hab mir den rausgeholt. Das Arschloch. Hä? Ach so, das war... Ja, ich weiß. Warte, du gehst in die Mitte, ne? Warte, warte, warte. Nimm Zeit. Nein, ich töte Gelb. Okay. Ich komm mit, ich komm mit. Lass uns alle auf Gelb gehen jetzt. Komm, klängern du auch. Jetzt werden die rasiert. Okay, okay, okay. Ah. Feste Grasur schlägt zu. Boah, ich hab immer noch den Nervenkitzel von... Oh mein Gott! Lol, Schneebälle. Nee, Schneebälle sind das. Sagen sind das. Der hat schon zwei Hits gefressen. Oh fuck. Nein, Mischa! Ja, mich einfach unten... Na, das bin ich. Ach so. Wo ist der? Wo ist der? Alter, was? Oh, dann egal. Ohne Scheiße. Meine Kamera ist so hin und her gesprungen. Und ich kam gar nicht drauf klar. Ich geh mal wieder zurück, ne? Ach, meine Maus hat sich irgendwie schneller gestellt. Ist ja auch geil, Alter. Hast du die LM30 oder was hast du? Nein, ich spiel noch nicht mit Sachen von Lioncast. Jetzt fängst du gar nicht ganz schön. Hast du wahnsinnig gehört? Was hat Micha gesagt? Das hab ich nicht verstanden. Dass ich nicht mit Sachen von Lioncast spiele. Oh. 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 Ich chill grad in der Mitte, ne? Was hat er nicht gesagt? Keiner. Ich fand die Tastatur, die die mir mal geschickt haben, fand ich ganz geil. Aber sonst fand ich bis jetzt noch nicht so... Ich find die Maus, die LM30. Die find ich geil. Ich hab sechs Zeit auch noch, ne? Hast du aber noch nie mit der Tiny gespielt. Mir reicht diese Maus. Also einfach jetzt zu gelb gehen und die... Was mit Blau? Wie, ich wollte den, der in der Mitte von uns ist, wollte ich auch das mal nehmen. Ach, die sind schon tot? Ja. Hab ich mich dumm gekümmert. So, ich geh zu gelb, ich geh zu gelb. Der ist grad beim Eisen. Ja, ich komm mit. Warte. Ich hab ein bisschen Schiss, ey. So, wir sind zu dritt. Also, wenn wir jetzt nicht gegen die gewinnen. Ja, waren wir gerade auch. Die haben Schneebälle. Ah, fuck. Egal, rennen, rennen, rennen. Scheiße, der... Nein! Leute, ihr müsst auch mitkommen. Ja, die haben Schneebälle. Was willst du nicht pfeifeln? Habst du Angst vor Schneebällen? Ja! Ich komm jetzt ohne Equipment, damit die mich abballern und damit ihr dann da durch könnt. Oh, ich hab ihn dreimal getroffen. Die haben Schneebälle. Die haben gefrorenes Wasser. Nein, nicht gefrorenes Wasser... Das ist meine Schwäche. Ey, was ist hier mit dem Weg? Warum gehen wir nicht durch? Mit, was? Ja, Ehrlich baut hier eine Wand, aber keiner hinterher will. Ja, damit er mit dem Schneeball nicht auf einen anderen kann. Bau den Weg! Bau den Weg! So, ich bin hier... Ah, fuck, warte. Der chillt noch da. Bau den Weg! Können wir den nicht einfach unterstubsen? Hatten wir den nicht gerade noch einen Bogen? Ich schieß gerade. Ehrlich, bau den Weg! Ehrlich, bau den Weg! Ehrlich, bau den Weg! Ehrlich, bau doch den Weg! Boah, klar. Der baut erstmal eine Wand dahin, ey. Da ist der Fäcksigen. Warte. Was ist mit dem auf der anderen Seite mit den Schneebellen? Ja, das ist der Fäcksigen. Hab ich ihn einmal getroffen? Zweimal. Da hat er einen Gold-Apfel gepressen. Wo ist der? Der chillt hinter dem Haus, glaube ich. Geht einer hoch? Warum geht keiner hoch? Ich gehe hoch. Der ist auf dem Haus, ist er. Ja, auf dem... Oh, Pöch, ne? Ich habe zwölf Gold noch, wenn jemand brauche. Ja, den brauche ich jetzt. Nimm mich auseinander! Ich geflogen jetzt. Ja, ich brauche das. Oh, Gigi. Nice. Wie er geflogen ist gerade. War es eine Runde und Early hat gar keinen Bogen gekauft. Krass. Noch einen. Und deshalb haben wir gewonnen. Okay, du Leute, wir sind am Ende angekommen. Wenn ihr Bock auf den Spielmodus habt, thevace.net. Ansonsten könnt ihr gerne bei den anderen Dudes vorbeigucken. Findet ihr natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Und wie ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.